so viel geld aber ich benutze es einfach um alles möglich auszuprobieren gleich habe ich nichts mehr ich hatte 10.000 jetzt habe ich 400 was muss ich denn jetzt ich bin immer noch zufrieden mit der waffe das geht mir auch so irgendwie da fehlt so irgendwas fehlt okay heli her ich nehme die andere sniper wieder weil die mehr schaden macht hier war es doch richtig ja schauen wir mal wo gehen wir denn jetzt hin und wir haben noch einen außenposten das ist der ganz oben den weg haben wir aber noch einiges wir können vorher noch zum prepper versteckt gehen und hier zu tierpreparation stimmt da oben haben wir noch viel offen hier rechts ist auch noch was klatschnixen das wahrscheinlich nur so helfer dann muss klatschnixen ganz rechts dem aufgedeckten ach das da ja genau ich würde sagen wir gehen erst mal dahin da ist es steinsbrocken da oben drüber ich würde schon einfach aus dem fenster nach unten zu schauen hat was da ist ein schrank habe ich schon gesehen ich wünsche bei farcry 4 würden sie auch die den koop so als story machen das wäre schon das wäre cool ach das sind solche mongos ist irgendwo noch ein das waren sie schieß auf den gastank dann sind sie auf jeden fall tot auf den da ach nein es brennt ja toll schieß auf den gastank was geht mit dem heli nein wieso tut er das du schießt bestimmt auf das ich wusste es der elch kommt hast gehört ich habe keinen elch gesehen passiert geschrien der elch kommt ich glaube der meint dich das finde ich aber nicht nett dann also ein trupp vom widerstand hat sein lager oben auf dem raptor peak aufgeschlagen aber ich habe schon eine weile nichts mehr von denen gehört hoffentlich geht es ihnen gut ist das ist ein gefährlicher aufstieg das ist da oben na gut dass wir einen heli haben ich schweiße ihn während du statt ist weißer schaufelstör schaufelstör wir können hier in weißen schaufelstör finden wir können hier irgendwo in weißen schaufelstör angeln so was habe ich jedenfalls bekommen das war ja schon was feines ich weiß noch nicht was es ist aber wir machen es einfach gut dass man die land nicht an bleib stehen moment mal das muss ich mir erst mal ansehen hier kommen wir nicht hoch das bedeutet okay wir müssen tatsächlich und mit dem heli hat es nicht geklappt wollen wir nicht holen ich brauche deine hilfe hier wo siehst du sie guck nach oben guck nach oben ja sag mal wo ist denn der schlangerich zwei wo zwei adler okay ja du musst dich mal fürs team opfern und einmal nach vorne treten um die schlange zu entdecken die kunde ich will dieser adler oh oh nein der ist ganz runter nein nein auto die schlange entdeckt ich habe es schon getötet direkt gehen wir weiter fehl und bogen wieder raus holen die schlange hat mich gebissen die adler haben mich gekratzt Ich habe daneben gestanden. Da ist schon wieder ein Adler. Ach, wie gut, dass ich ein MG habe. Leckt mich doch. Hoffentlich können wir den diesmal looten. Wer, Adler? Nur her. Ah, hier geht es weiter hoch. Was ist denn der für ein riesen Nest, der Sack? Tja. Ich habe ihn auf jeden Fall verletzt. Er rutscht den ganzen Werk hinunter. Ah. Oh, ah. Oh, ah. Sag mir, dass ich mir das eingebildet habe. Was ist da passiert? Abgestürzt. Ich bin von meinem Haken abgestürzt. Wie? Das, was in der Hölle prophezeit wurde, trat nun. Da musst du wieder neu reinkommen, weil zu dir runter schaffe ich es nicht. Warte, warte. Ich schaffe es vielleicht zu dir auch. Ach so. Ha. Na, da mal viel Glück. Na, zumindest an den Haken vielleicht. Nein, 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 bleib doch stehen. Hier im Adlernest liegt ein Pümpel. Warum? Keine Ahnung. Gut, vielleicht ist dem so ein Scheißhaus auch mal verstopft. Ich beobachte sie durch das Fernglas. Okay. Man ist da. Äh. Bist du noch da? Ja. Meine Verbindung ist gerade abgerissen. Okay. Hi. Nee, da musst du mich neu einladen. Schon wieder? Ja. Du bist offline bei mir. Ja, dann ist mein Internet. Youplay abgekackt. Ja, dann starte mal Youplay neu. Dreckiges Youplay. Hier in dem Vogelnest liegt ein Baseballschläger, ein Baseballhandschuh, ein Baseball- und ein Cowboy-Hut. Huh? Keine Ahnung. Anscheinend ist ein Cowboy-spielender, ein Baseball-spielender Cowboy dabei draufgegangen. Sieht schon schick aus mit der Höhle und allem. Was hat denn Youplay jetzt für ein Problem? Sieh dir dieses Land an. Eines Tages wird das alles dir gehören. Da ist Faith's Bunker. Übel on. Bei mir stehst du noch als offline. Oder ist mein Youplay ausgegangen? Nee, nee, nee. Du bist bei mir aber auch als online zu sehen. Okay. Vielleicht kommt es gleich. Ich wirst du gleich jetzt gezeigt als online. Ich wirst du gleich jetzt sehen. Da bist du. Okay, ja, ich bin noch im Ladescreen. Ach, es ist schon. Gewittergesteine. Hm? Moment, ich muss gleich noch mal schicken, ich war noch nicht angemeldet. Die pissen sich aber an hier mit ihrem Jubel. Ah, jetzt lädt's. Gut, jetzt kannst du noch mal schicken. Hm? Jetzt geht's. Die halten sich in der Brühe. Ich geh lieber einen Schritt zurück. Du stehst sehr nah am Abgrund. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Mir nach. Und das möglichst ohne abzustürzen. Oh je. Hier oben wirst du deinen Spaß haben. Hol deinen MG raus. Adler. Viel Adler. Viel Adler. Ich hoffe, von denen landen noch welche hier zum Looten. hier liegt einer. Sehr gut. Das ist dann schon der Zweite. Wie kommt die denn hier noch? Ach so, die waren ja schon hier. Ich will, dass sie lange genug lebt, damit ich sie fragen kann, was sie für ne Quest hat. Wo ist denn denn der Letzte? Sehr schön. Wie klingt denn die Unterkunft? Immer noch Konflikt. Warten wir noch kurz. Da. Jetzt. Okay. Oh, hier ist aber wieder, hier ist die ganze Cola, okay. Ich bin aber, du kannst mich, ich bin erst zufrieden, wenn ich ganz oben auf der Spitze stehe. Ja. Da und das Fähnchen ist. Da. Oh Mann, blick dich doch mal hier oben. Kommt man da wirklich hoch? Ja, ich bin doch ganz oben. Ja, aber du kennst ja mal eine Kletterkünste. Jetzt mit dem Wingsuit. Oh ja, wir müssen uns aber was aussuchen, nicht dass wir zu weit auseinander gehen. Ja. Warte, ich werde mal schauen, wo wir als nächstes so hingehen zum Markieren und da werden wir da in die Richtung fliegen. Ähm. Es war... Ja, passt doch, wir gehen da hin. Glaubst du, wir schaffen das bis dahin? Locker, oder? Okay, ich zähle runter. 3, 2, 1, go. Ja, ich nicht. Meiner ist nicht aufgegangen. Ich laufe den Berg runter. Na endlich. So. Ich sinke viel zu schnell ab. Ich bin tot. Oh. Warum ist der Wingsuit so zur Kacke hier? In Fuckra 4 war das supergeil. Ich respawne in 17 Sekunden. Das ist nicht gut, dass du in die Luft bist. Okay. Ich seh dir zu. Versuch weiter runter zu kommen. In 7 Sekunden spawn ich bei dir. Ja. Da bin ich. Da bin ich ja perfekt gelandet. Ach man. Das war doch kacke. Weiß nicht, ich bin gesprungen. Übrigens du, dir hat die Animation schon gemacht. Und dann steht sie wieder auf einem Felsen. Und läuft weiter. Und läuft den halben Berg. Ja, ich malt 50 Una. Ich 자신e wegschulen. Jerot das. Eine Art auch. Endlv knall. Was ist Ver least black. Es ist dankbar. � KFC. DaMacon 2013 und Weekend ist bekannt. zwischen 2 Jahren sicher. Aber ab und zu haben. Untertitelung des ZDF, 2020